Hallo, hu hu. Sorry. War ich dich nicht an der PH? Ja, voll. Ich bin jetzt im dritten Semester. Okay, wohin geht deine Reise? Ja, ich möchte Lehrer werden, weil ich mit den Kindern arbeiten möchte und sie auf ihrem Weg pushen kann. Bürojob ist nichts für dich? Das habe ich auch schon gehabt, aber ganz ehrlich, wenn ich wählen könnte, definitiv Lehrer. Cool. Und gefällt dir das Studium? Man kann sich als Mensch mega weiterentwickeln und das ist so cool. Super. Danke, einen schönen Tag. Wir freuen uns, dich auch. Tschüss.